Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Flash News. Für den Nintendo Switch, und das ist die Top News, ist mal wieder ein Update erschienen, nämlich auf die Version 13.2.1. Atmos 4 ist damit auch schon kompatibel, dafür gab es jetzt einen Versionsprung auf die Version 1.2.5 und außerdem ist auch Heikate schon damit kompatibel, aber natürlich benötigen jetzt Atmos 4 und Heikate ein Update. Außerdem für den Switch ist eine neue Homebrew erschienen, nämlich der Pokémon TV Client und das ist tatsächlich die Homebrew, die auch mit gebannten Konsolen funktioniert. Der schöne daran ist, dass der die offizielle API für Pokémon TV nutzt, das heißt der sollte auch relativ legal sein und er ist natürlich im Homebrew App Store erhältlich. Auch für eine Nintendo Konsole aber nicht für den Switch, sondern für den Game Boy Advance ist Openlara erschienen. Openlara hatten wir hier ja schon mehrfach auf dem Kanal, das ist ein Projekt, um das erste Tomb Raider mit einer Open-Source-Engine auf viele Geräte zu supportieren, zum Beispiel die Nintendo Switch, den 3DS und auch die Xbox. Nun ist auch ein Part für den Game Boy Advance erschienen, bzw. eine Engine gab es schon vorher, aber jetzt ist er auch spielbar. Sogar die ersten drei Level sind spielbar und es gibt sogar Rhombus Support. Das heißt, wenn du das ausprobieren möchtest, empfehle ich eine Flash-Karte zu nutzen, die das Ganze unterstützt, beispielsweise die EZ-Flash Omega Definitive Edition oder die entsprechende Karte von Inside Gadgets. Das bringt uns zu einer weiteren Hammer-News, nämlich kauft Microsoft für knappe 7 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard, zumindest haben sie ankündigt, dass sie das wollen, und Activision Blizzard ist der Publisher von Spielen wie World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Candy Crush, Hearthstone und Overwatch. Wahrscheinlich schlagen sie gerade jetzt zu, weil der Konzern immer stärker in die Kritik geraten ist, nachdem er sich schon vor Jahren relativ regimetreu der chinesischen Regierung gegenüber verhalten hat und dadurch kritisiert wurde. Gab es auch kürzlich vermehrt Sexismus-Skandale in den Konzernen und dementsprechend war das vermutlich für Microsoft günstiger als davor, aber es ist natürlich immer noch eine ganze Menge, 7 Milliarden. Ist das ganz gut für die Gaming-Branche, da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen und meine persönliche Meinung ist, dass ein bisschen mehr Wettbewerb nicht schaden kann. Sony hatte diese aktuelle Generation haushoch gewonnen und Sony ist in der letzten Generation mit der Exklusiv-Methode ganz gut gefahren. Jetzt beißt Microsoft quasi zurück und da muss Sony sich halt auch nicht wundern, wenn sie damit die letzte Gen gewonnen haben. Und dass Microsoft relativ starke Geschütze aufhaben muss, ist ja auch klar, denn es gibt ja immer mehr Account-Bindung mit den ganzen Achievements und mit den ganzen Spielen, die man dann auch auf den späteren Konsolen spielen kann. Und damit Leute dann wechseln und ihre ganzen Achievements in Anführungsstrichen wegwerfen, denke ich muss man schon gute Argumente haben. Und für viele Spiele ist bestimmt Call of Duty oder Diablo ein gutes Argument. Und natürlich auch für viele Spielerinnen. Damit kommen wir noch zu den Umfragen. Nämlich habe ich gefragt, ob du noch manchmal Nintendo DSi oder DS-Spiele spielst. Daran haben erstaunlicherweise ganze 229 Leute teilgenommen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass es so viele sind. Davon haben 32% gestimmt, ja, dass sie mit den originalen Karts spielen, also sogar die meisten. Dann haben 15% mit einer Flash-Card gespielt. 22% benutzen Firelight Mania++. 22% spielen gar keine DS-Spiele. Und 9% überdienen das Ganze oder spielen das Ganze per Virtual Console dann auf der Wii U. Bei mir ist es so, ich habe immer Phasen, zu denen ich wieder in die Spiele reingucke, aber ich spiele meistens mit Flash-Karten, weil es ist einfach angenehmer als die ganzen Cartridges umherzuschleppen. Und wenn man Cartridges gebraucht kauft, haben die auch häufig so ein bisschen sich komisch anführende Überzüge und da bin ich mir nicht ganz sicher, was es ist. Und dann doch lieber noch einmal dumpen und dann mit der Flash-Karte spielen. Außerdem wollte ich wissen, ob du schon Trackmania Turbo auf dem Nintendo DS gespielt hast. Das ist ja das Spiel, was in eigentlich jedem meiner Reviews für DS-Flash-Karten vorkommt. An der Umfrage haben 130 Leute teilgenommen, wovon 2% das regelmäßig spielen. Das wundert mich wirklich, dass es da anscheinend auch welche gibt, die das regelmäßig spielen. Dann haben 5% das für eine längere Zeit gespielt, 6% haben nochmal kurz reingeschaut und 87% haben es gar nicht gespielt. Ich finde, dass es gar kein so schlechtes Spiel für den DS ist. Allgemein gibt es der, denke ich, nicht so viele Rennspieler, um das halt eine ganze Menge zu bieten. Also es gibt herausfordernde Stages, es gibt einen Strecken-Editor, man kann das Ganze mit Download-Spiel spielen oder auch mit Einzelkarten-Spiel. Es kann einfach eine ganze Menge. Aber das war's mit dieser Flash-News-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ich irgendeine News übersehen haben sollte, kannst du mich immer gerne darauf in den Kommentaren hinweisen. Und das war's dann bis hierhin mit dem Video vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tüdelü.